So, guten Morgen meine lieben Zuschauer. Ich hab mir mal wieder was Neues gegönnt. Unschwer zu erkennen. Eine Brille mit Kamera. Oder Spionkamera oder was auch immer das, wie auch immer das man nennt. Wie auch immer das man nennt. Das fängt gut an mit Deutsch. Fällt mir schon mal sehr gut wieder am frühen Morgen. Ich sag mal so, ich hab die schon ein bisschen getestet. Das war dadurch, dass ich auch keine Anleitung hatte. Beziehungsweise, ich hab sie mir nicht runtergeladen. Also Learning by Doing. Etwas lustiger auszufinden, wie das so im Ganzen funktioniert. Ja, kurze Sache. Die Qualität ist jetzt nicht so zufriedenstellend. Klar, bei schlechten Lichtverhältnissen, gerade wenn es dunkel ist, ist das nicht wirklich gut, muss ich sagen. Aber ich glaub, da ist jede Kamera nicht so gut ohne extra Lichtquelle. Ansonsten, der Ton, bis jetzt hatte ich das Problem, dass der Ton ganz leicht verzögert kommt. Was auch absolut scheiße ist, muss ich sagen. Weil, gerade für die Zwecke, wo ich die Brille brauche, wäre es schon schön, wenn der Ton gleichmäßig kommt. Und, gerade so beim Autofahren, wenn dann der Drehzahlzeiger runtergeht und der Ton aber noch voll und ganz am Ansteigen ist, ist das nicht schön. Ansonsten, das ist eine echt geile Spielerei. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich weiß selber jetzt nicht so, wie das Video rüberkommt, jetzt beim Autofahren. Zu Hause war es im Dunkeln halt einfach nicht so schön. Im Hellen habe ich das noch gar nicht probiert. Das werde ich heute Nachmittag machen. Ansonsten stufe ich das erstmal als lustige und interessante Spielerei ein. Es gibt mit Sicherheit auch bessere Dillen, die teurer sind und die auch ihre Full-HD. Wie gesagt, die nimmt ja Full-HD auf, aber angeblich über eine 5 Megapixel-Kamera, ja, ich sag mal, Full-HD ist nicht gleich Full-HD. Aber das wissen ja die meisten, denke ich mal, selber. So, von daher war es das erstmal. Bis später. So, jetzt haben wir das Ganze mal bei Licht. Und das ist dann auch eine Premiere für mich, weil ich die Brille eben, wie gesagt, noch nicht bei Licht gesehen habe. Ich hoffe mal, dass es halbwegs geht. Ich erwarte nicht wirklich viel. Aber ich denke mal, gerade so bei gewissen Sportaktivitäten mit dem Auto über eine gewisse Nordschleife könnte das auch von Vorteil sein, einfach mal einen anderen Blickwinkel zu haben. Solange, wie gesagt, der Ton nicht zu, ja, versetzt ist. Und ich kann das halt einfach nicht einstellen. Sonst weiß ich es noch nicht wie. Aber, na gut. Ich erwarte nicht viel bei einer Brille, die jetzt nicht ganz so teuer war. Weil ich denke mal, da gibt es auch wesentlich bessere. Klar gibt es ja immer irgendeine bessere. Die auch mehr kostet. Aber dafür wollte ich jetzt nicht gerade hier 200 Euro ausgeben. Von daher schätze ich jetzt einfach mal so die Preis-Leistung ganz okay ein. Aber dadurch, dass es meine erste und bis jetzt einzigste, wobei das ja ein und dasselbe ist, eigentlich egal, Brille ist, kann ich da jetzt nicht wirklich viel anderes zu sagen. Ja. Also in diesem Sinne sehen wir uns dann bei den nächsten, nicht Tests, sondern einfach mal bei den nächsten Aktionen mit der Brille. Ich würde mal sagen, oben auf der Zugspitze wird sie zum Einsatz kommen, weil da würden meine Hände eh zu kalt sein, beziehungsweise ein Handschuh sein. Also es ist von daher besser, mit der Brille zu machen. Also bis dann. Bis dann.